Wenn alle Menschen immer nackt wären, was wäre der schlimmste Beruf? Feuerwehrmann Astronaut Fashion Designer oder wer auch immer Klamotten macht Motorradrennfahrer Einer von diesen Weihnachtsmännern bei denen man sich auf den Schoß setzt und sich was wünschen darf Arbeiten in der Kanalisation Also falls Schutzkleidung auch verboten ist Stripper Ich glaube Berufe sind hier nicht das richtige Thema Ich glaube das Schlimmste ist einfach ein Junge zu sein und im Unterricht zu sitzen und plötzlich